Zwei Tage später, Traps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spieloffensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist, wir machen wie im Platz. Zweite. Ich habe erklärt mit diesen beiden Spielern, Nackt, Dorn und Blau, vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaft gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei. Diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat er gespielt Mehmet oder hat er gespielt Balder oder hat er gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Mannschaft nicht diese Spieler kaufen? Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die Italiener Meisters. Meisters. Strunz. Strunz ist zwei Jahre hier, hat er gespielt, sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt? Strunz. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässt. Ich habe gespielt 25 Spiele in diesem Verein. Sie müssen die anderen Kollegen respektieren. Sie haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Sie haben keine Mut an den Worten. Aber ich weiß, was ich denke über diese Spieler. Sie müssen sagen, es ist Samstag. Diese Spieler müssen, sagen Sie mich, es sind die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, ich erwarte diese Spieler, ich verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld. Über diese Spieler. Einige Mario, eine andere Mehmet. Strunz, ich spreche nicht als gespielt nur als 25 Prozent des Spiels. Ich habe fertig.